In diesem Video öffnen wir den Stifteschneider von GEFU, handelsüblich würde man es eher Pommesmaschine nennen oder Pommesschneider, aber das heißt eben Gemüsestifteschneider ist für Gemüse und Kartoffeln und dafür wird es auch genutzt. Fünf Jahre Garantie gibt es von GEFU, der Kostenpunkt ist um die 30 Euro und wenn wir das Teil rausholen, merken wir schon, die fünf Jahre Garantie kommt nicht von ungefähr, nämlich wir haben hier ein Gerät, das ist aus Edelstahl, das heißt, ich kann es komplett so, wie es ist in der Spülmaschine, genau, das ist eigentlich das Schöne an diesem Gerät. Aber eine Besonderheit haben wir noch, nämlich im Gegensatz zu anderen Konkurrenzprodukten befindet sich hier so eine Vakuumpumpe und somit kann ich diese Stifteschneider direkt durch diesen kleinen Hebel an den Tisch fixieren und dadurch wird das richtig fest und es verrutscht nicht, wenn wir hier Pommes schneiden. Des Weiteren haben wir hier vorne eine Stiftplatte, nämlich die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 6 Löcher, also 36 Löcher und es gibt dann noch eine Platte, die noch kleiner ist, die könnte man ebenfalls hier dann einsetzen. Das wäre es von diesem Video, ich mache mir einen Link von dieser Maschine unterhalb des Videos in die Kommentare, ansonsten seht ihr von der Verarbeitung ist es top, es gibt kleine Gummifüße, dass eure Arbeitsplatte sicher ist und der Hauptgriff ist aus Kunststoff. Das wäre es von diesem Video, macht's gut, tschüss!